Der Reissverschlussfuss Nr. 35 ist speziell für das Einnähen von nahtverdeckten Reissverschlüssen gemacht. Die Rillen an der Unterseite bieten Platz zum Durchlaufen der Reissverschlusszähnchenreihen. Damit muss der Reissverschluss vor dem Nähen nicht gebügelt werden. Reissverschluss so platzieren, dass die Zähnchenreihe in die Fussrille zu liegen kommt. Nadel in die Mittelposition setzen. Der Fuss fährt nun schön über die Zähnchenreihe und setzt die Stichlinie dicht daneben. Nach dem Nähen beider Seiten ist der Reissverschluss nahtverdeckt eingesetzt.